Ampire Fertig Allerdings stellt sich das Ganze schwieriger als gedacht, weil die Konvois halt hier sehr gerne durchkommen und das ist doof. Allerdings habe ich hier, sehe ich gerade eine Menge U-Boote. Das ist sehr cool. Und wir haben hier unsere geile Bismarck. So, ihr habt schon einiges abbekommen beim letzten Mal. Aber ich denke mal, dass wir das jetzt hier schaffen. Und wir haben hier oben noch zwei Werften. Aber gut, wir haben wieder 16 Punkte. So, 16 Punkte. Schiffe. Die würde ich sagen, packe ich mal auf die Schiffe, weil das sind ja hier. So, auf Regatten und Kreuzer. Kriegsschiffe. Reichweite auf jeden Fall für die Bismarck. Und dann noch 25% Trefferpunkte. So. Perfekt, Leute. Schaut euch das an. 8 plus 8 sind 12.000 Trefferpunkte. Was so? Ah, 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 ah. Da wollte wieder einer durchkommen. Ja, ja, ich merke es schon. Lieber Brite. Wo kommen die Konvois durch, Leute? Das frage ich mich gerade ernsthaft. So. Mensch, Leute. Äh, das U-Boot kann mal bitte ein bisschen zurück. Was zur... Wo kommen die Konvois durch? Also da kommen sie auf jeden Fall an. Hier kommen sie an. Die können nämlich leider keine Gebäude abschießen, ne? Das ist das. Oh, ein Kriegsschiff. Ja, du hast keine Chance dagegen, die U-Boote. Zack. Und weg damit. Und das hier auch. Weg damit. Versenken. Versenk das. Zack. Weg damit. Ha. So, liebe Leute. Die Bismarck, die braucht sehr lange zum Heilen. Das ist das. So, wo werden wir ange... Da war wieder ein Konvoi. So, liebe Leute. Ah, man muss die... Man muss die U-Boote hier aufteilen. Ich merke das schon. Man muss das hier... Ganze hier aufteilen. Zerstören sie alle Schiffe der britischen Heimatflotte. Okay, ich merke schon, man muss... Ah, da. Da wollen sie ankommen. Ja. Sehr, sehr gut. Hahaha. Versenkt. So. Warte. Wir müssen die also belagern. Ich verstehe schon, ja. Wir müssen die belagern. Okay. Dann machen wir das mal, liebe Leute. Und ja, dann hoffe ich mal, dass es euch gut geht und dass euch das Ganze hier gefällt, wie wir hier Empire Earth weiter zocken. Hahaha. Äh, ich habe auf jeden Fall mega viel Spaß bei diesem Projekt. Definitiv. Und kann ich hier noch was anderes an Kriegsschiff bauen? Kann ich. Tierpizzes. Ja, dann mach mal. Dann mach mal ein paar. Vier Stück, um genau zu sein. Dann brauche ich bitte noch mehr Holz. So. Und dann würde ich mal sagen... Erkunden, wir haben ein bisschen weiter noch mal die Karte hier. Was zur... Kurs hat gesetzt. Okay. Da können welche auf U-Boote schießen. Das ist verdammt interessant. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mach die doch kaputt, die Kackdinger. So. Verdammt noch mal. Daher oben ist auch noch eins. Was zur... Warum können die nicht da drauf schießen? Doch, können sie. Okay. Da ändert sich nur der Mauszeiger nicht. Ich verstehe. Da ist... So. Kriegsschiff, Leute. Weg damit. Weg damit. Einfach versenken hier. So. Bam. Weg damit. Haha. Geil. Ja, die U-Boote sind schon echt nicht schlecht, muss ich sagen. So. Die U-Boote sind echt mega gut. Gut. Hm. Die Bismarck hat sich gleich geheilt. So. Kriegsschiff. Angegriffen. Ja. Aha. Die Spitfires. Ja, ja. Die Spitfires. Die kenne ich aus Battlefield. Battlefield Heroes damals. Ach Gott. Das war so ein geiles Spiel. Battlefield Heroes, Leute. Battlefield im Comic-Style. Das war echt cool. So. Aber es erreichen keine Konvois mehr, England. Ne? Das heißt, wir können... Bitte was? Bitte was? Was will er denn da oben? Ey. Das geht aber mal gar nicht, Leute. Das geht aber mal gar nicht. Dass er da oben angreift. Was ist das für ein Sack? Du Penner. Ach du Scheiße. Vier Stück. Bismarck. Komm mal mit, bitte. Ich brauch dich da oben. Ach du Scheiße. Okay. Das ist interessant. Sieben Stück. Mein Konvoi hat wieder England erreicht. Ach du Scheiße, ey. Das ist übel. Das ist gerade echt übel. So. Seeschlacht, Leute. So. Bats. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. So. Liebe Leute. Und dann. Weitermachen. Weiter. Weg machen. Boah, der hat ganz schön viele Schiffe. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also das ist echt heftig. So. Schön die Action hier. So. Einfach alle auf eins erstmal. So. Zack, 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 zack. Das sieht geil aus. Gut. Leute. Dann würde ich mal sagen. Versenkt die Kacke doch endlich mal. Tch. Was soll denn das? Der versenkt echt alle meine Schiffe hier. Wir Penner, ey. Wirklich. Bam. So, die Bismarck. Die Bismarck, die war es wieder, die den Ausschlag gegeben hat hier. Wirklich. Alles klar. Und warum hat jetzt eigentlich wieder ein Konvoi England erreicht? Ach du Kacke. Ach da. Okay. Ich verstehe, Leute. Ja, super. Dann brauche ich da unten nochmal ein bisschen Verstärkung. Aber. Ja, hier. Kriegsschiff direkt platt machen. Und den. Den am besten platt machen, wenn ihr könnt. Ach, verdammt. Ne, okay, dann. Macht den Kriegsschiff platt da. Los. Ach, das Kriegsschiff platt. Ach du Kacke. Das ist schon heftig, was der hier alles hat. An Schiffen. Ja, ist schon nicht ohne. So, liebe Leute. So, den platt machen, bitte. Ach du Scheiße. Boah, der hat echt einiges. So, macht das kaputt da. Los. Königliche Konvoi. Britische Konvois. Ja, sehr gut. Platt gemacht. Och, Mann. Ich brauche mehr U-Boote. Ich brauche ganz dringend mehr U-Boote. Holy shit. So. Gut. Die stehen da, die bewachen. Die stehen hier und bewachen. Wo werden wir da jetzt wieder... Wer hat den Bürger gekillt? Och, dieser Feigling. Dieser Feigling. Greift der meine Bürger an? Ist nicht sein Ernst, oder? Dann wisst ihr was, Leute. Dann reicht's mir jetzt dann. Dann nehme ich jetzt die... Die Schiffe und mach die mal platt hier jetzt. So, liebe Leute. Äh, gut. Mach die Scheiße weg da. So. Und die Bismarck. Boah, die sieht so Hammer aus, ey. Die Bismarck, Leute. So, alles klar. Dann können wir jetzt hier den erstmal versenken, da. King George, der Fünfte. Pff. Nö. Nix da, Leute. Der kommt nach wie vor, ne? Mit den Schiffe. Ja, komm, die U-Boote, die helfen da. Das ist schon mal so gut. So. Zack. Versenken, die ganze Kacke, ey. Versenkt mal die ganze Scheiße. So. Natürlich immer schön auf meine, äh, Bismarck, ne? So, macht immer bitte das Doktor platt. Was denn jetzt so wieder? Du Penner, ey. Du mit deinen blöden Kriegsschiffen. Alter Schwede. Das ist echt anstrengend geworden, ja? Der Brite, ey. Der gibt einfach nicht auf. Konvoi hat wieder England erreicht. So, Mann. Ja. Noch ein Bomber. Natürlich. Versenkt doch alles, ey. Ach, verdammt. So, liebe Leute. Ich brauche noch mehr Kriegsschiffe. Habe ich ja. Kann ich aber nicht. Weil ich kein Gold mehr habe. Ach, Mann. Penner, ey. Wieder so ein Feigling da. So. Dann U-Boote, bitte. Die U sind weg. Die sind weg. Okay, scheiße. Wir werden angegriffen. Ey. Das ist doch jetzt wirklich nicht dein Ernst. Aber anscheinend doch. Wir werden noch ein Kurs. Ja, okay. Ey. Wie ist die Scheiße da wieder durchgekommen? Verdammte Scheiße. Ich muss mich gerade echt hier konzentrieren. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. Das ist echt... Ey. Warum? Wieder kein Holz. Ich werde verrückt. Ich muss mich gerade echt hier konzentrieren. Die Bismarckis. Glaube ich, hier der Schlüssel. Konvoi hat wieder England erreicht. Von da oben wahrscheinlich, ne? Ja. Da oben ist auch wieder ein Dock. Ja, gut. Ja, natürlich. Die hallen sich natürlich hoch, ne? Das ist so ein Dreck. Wirklich. U-Boote, ihr macht das schon. Macht das Kriegsschiff weg, Leute. Macht das Kriegsschiff weg. Schneller, bitte. So. Alles klar. Sehr gut. Ja. Die Bismarck, die macht das schon. So. Der kommt aber hier nicht durch. Vergesst es. Leute, vergesst es. So. Nein, 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 nein. Ihr geht mal bitte hier hin. Oh, Leuchtturm können wir bauen. Nicht genug Ressourcen. Toll. Wir werden angegriffen. Ja, klar. Natürlich. Sei doch noch unfairer, ey. Mann, Mann, Mann. Höh, höh, höh. Scheiße. Du musst dich nochmal heilen, liebe Bismarck. Ah, der kommt nicht weg. Vergesst es. Es verbleiben nur noch fünf, noch mehr als fünf Docks. Ja, gut. Docks. Aber Docks sind doch die, oder? Marine werft. Eins, zwei. Ja, gut. Oh, nein. Lass die doch nicht durch, da. Da. Da ist ein Konvoi. Macht ihn platt. Leute, macht ihn platt. Oh, Penner. Richtiger Sack, ey. Ah, Gott, oh Gott. Ja, du kannst mir helfen. So. Brauche ich jetzt noch einen. Ja, oui. Ganz genau. Boah, geht der mir auf die Nerven hier. Also wirklich, Leute. So, die, die alle. Da kommt er wieder mit einem Bomber an. Aber ich habe da Flachs stehen. Abschießen, bitte. Abschießen, bitte. So. Sehr schön, Leute. Die kann ich mal nach Hause bringen zum Heilen. Ach, Heilige, ja. Das ist schon übel. Ah, was der hier auffährt, ne? Leute, das ist der Buckingham-Palast. Schaut mal. Sieht richtig geil aus. Schön realitätsgetreu auch. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Commander Conker. Auch dieses ganze Setup hier. So, von wegen Zweiter Weltkrieg, Deutschland und Alternativ und so. So, wir haben natürlich mal wieder keine Ressourcen, ne? Ist klar. Aber hier oben brauche ich definitiv Flachs, liebe Leute. Ich brauche Flachs. So. Dann brauche ich noch einen Bürger. Dann bleibt ihr erstmal bitte hier stehen. So. Ihr kümmert euch erstmal hier drum, ja? Mehr als fünf Docks, ja. Der ist natürlich wieder voll, ne? Ach, das ist doch zum Kotzen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, ich baue nochmal ein paar Kriegsschips. Ah, verdammt. Ja, das ist echt nervig gerade, ne? Muss ich sagen. Aber vielleicht kann ich ja einen Bomber bauen. Ne, kann ich nicht. Stehen überall Flachs. Verdammt. Ja, dann muss ich die wohl von See aus angreifen. Moment, wir können ja mit dem Bürger, können wir ja hier einen Leuchtturm bauen. So, dann würde ich sagen, mache ich das doch einfach mal. Äh, und... Mit dem jetzt werde ich da mal ein paar Flachs aufbauen. So, ihr habt keine Chance, Mann. Bleibt jetzt... Macht die platt jetzt hier. Oh, da ist ein Konvoi. Da ist ein Konvoi. Weg damit. Sehr gut. Weg damit. Die bewachen nämlich die Konvois, ne? Ich merke es schon. Die bewachen die. So, die Route ist abgesperrt. Hier ist auch abgesperrt. Die beiden nehme ich noch mit da hinten hin mit. Konvoi hat Engard erreicht. Ach, ja. Die Bismarck, die muss unbedingt schneller geheilt werden. So. Und ja. Gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig hier. Es ist wirklich anstrengend, ja. Die deutsche Kampagne ist schon nicht zimperlich zu einem. Nein. Ja. Klar. Direkt abballern, den Scheiß. Was macht der denn? Da hat der einfach, äh... Darauf gebombt, ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Gut, dann bau noch mehr Flachs, bitte. Alter Schwede. Du kannst es nicht sein lassen, ne? Der lässt es echt nicht sein. Pff. Die Bismarck ist außer Gefecht gesetzt. Mir fällt gerade was anderes ein. Kann ich nicht mit, äh... Das ist ein Dock, ne? Nur diese. Die... Die... Eins, zwei... Wir werden angegriffen. Ach, Mann. Das lasst es doch mal. Tch. So. So. Eins, zwei... Hier habe ich noch gar nicht erkundet, ne? Drei. Hier oben ist eins. Ich muss nur die Docks platt machen. Ha. Das kann er ja gerne versuchen. Ich habe überall meine U-Boote stehen, Kollege. Das kannst du vergessen. So, liebe Leute. Dann werde ich gleich, äh... Das Wasser aufdecken. Spionage-Hauptquartier. Gebäude zeigen. Äh, ja, aber wozu brauche ich das denn? Was bist du für ein Feigling? Was ist das für eine Feigesau? Jetzt mal ehrlich. Was ist das für eine Feigesau? Aber greift er mit Schiffen hier mich an? Das Feigesstück, ey. Oh, jetzt komm doch. Verdammt noch mal. Das Feigesstück, ey. Greift er mich mit Schiffen an? Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Greift er mich eiskalt mit Schiffen an, ey. Ja gut. Okay. Wenn er es so haben will, dann will er es so haben. Pff. Dann stelle die noch mal da ab und dann kriegt er jetzt eine U-Boote in die Fresse. So. Feiges Stück, ey. Wirklich. Engländer. Feiges Stück. Feiges Stück Schwein, ey. Wirklich. Das ist mies, ey. Das ist echt mies. Aber egal. Liebe Leute, das... Das ist eine lange Materialschlacht, die wir am Ende dennoch gewinnen werden. Da bin ich mir sicher. Aber dass das so krass ist, das hätte ich nicht erwartet, ey. Nie im Leben. So. Was habe ich... Äh. Shit. Ich habe Flugzeugträger gebaut. Oh mein Gott. Aber Moment mal. Äh. Äh. Das war jetzt nur aus Versehen, ne. Aber das ist gar keine schlechte Idee. Bau mal Bomber. Oder? Ja. Bau mal Bomber. Bau mal ganz viele Bomber. Das ist gar keine schlechte Idee. Das war jetzt natürlich nicht geplant oder so. Aber ich habe da eine Idee. So. Dann geht ihr mal bitte... Und ihr macht mal bitte hier Holz hacken. Ich habe da eine Idee. Die Flugzeugträger kann man ja nicht umsonst bauen. Liebe Leute. So. Ich nehme da jetzt einfach mal ein paar Bomber mit. So. Gehst du mal bitte. Äh. Was macht der? Fliegt er da rein? Was macht der Bomber? Ja. Okay. Das dauert wohl lange. Alter Schwede. Jeden Plan, den ich habe, macht will er mir vereiteln hier. Hallo. Macht ihr immer das mal kaputt? So. Du auch bitte. Äh. Bomber? Was ist denn jetzt? Flieg doch mal da rein, bitte. Wie ist das denn mit den Flugzeugträgern? Ach. Nee, gerne. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie die funktionieren. Und dieses feige Drecksschwein. Will wieder auf meine Bürger hier. Nee. Ich weiß leider nicht, wie die funktionieren, die Flugzeugträger. Kein Plan, Leute. Gut. Dann egal. Dann, äh. Bomb einfach die Flags weg. So. Dann weiß ich es leider nicht, wie die Flugzeugträger funktionieren. Schade. Ich dachte, das... Ich dachte, das könnte funktionieren. Ach, Leute. Ihr geht mir so auf die Nerven, ne? Ihr müsst immer alles... Immer alles, was ich machen will, müsst ihr euch irgendwie hier kaputt machen, ne? So. Er macht das Ding aber mal im Arsch hier. Aufbefehl. So. Schön draufbomben da. Du scheiß Flack. Aber ja, ist okay. So. Und ihr bleibt jetzt dafür mal bitte hier stehen. So. Da oben ist blockiert. Ich frage mich, wo die Konvois hinherkommen. Die machen da schön alles platt. Ja, die machen da schön alles platt. Boah. Das ist aber auch einiges, was da hier auffährt, ne? An Schiffen. So. Das ist euer Untergang. So. Ach, du Scheiße. Ho, 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 ho. Das ist schon übel, ja? Hier. So. Ich habe jetzt einige Bomber. So. Bombt die einfach weg. Die Scheiße da. So. Leute. Alles klar. Es bleiben immer noch mehr als fünf Docks. Die Bismarck, die ist wieder bald soweit. Da kann ich ja hier noch ein paar Kriegsschiffe bauen. Vier Stück. So. Okay. Und ihr bleibt mal bitte hier hinten. So. Und die Range kann mal bitte ein bisschen höher werden. mit denen. Ich muss nur diese... Ho, 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 ho. Ich muss nur diese Docks hier platt kriegen. Gut. Dann bombt das weg. Kommt. Bombt das weg, das Scheißteil. So. So. Ei, 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 ei. 280. Oh, oh, oh. Die Flak-Stellung da. Na gut. Egal. Ja, genau. Ja, genau. Ui. So. Ihr macht die jetzt bitte direkt platt, wenn es geht. Ey, die kommen durch, ne? Die kommen durch. Das ist, ey. Sowas von dreist. Bombt ihn direkt. So. So, dann hier kommt. So. Ja, natürlich. Mein Flugzeugträger weg. Toll. So. Alles klar. Genau. Bombt die Flakscheln weg. Und am besten das Ding da hinten. Aber das ist ja wieder voll, weil da wieder ein Konvoi durchgekommen ist. Oder? Nö, ist nicht voll. Okay, gut. Alles klar. Bomber. Komm mal bitte hier hoch und bombt mal das Ding weg. Und ihr beide auch bitte. Das ist jetzt nämlich so mein Masterplan hier, mit den Bombern zu arbeiten. Oh, scheiße. Aber die Flak, die ist... Die Flaks, die sind übel. Ja, scheiße. Egal, Leute. Bombt das einfach weg, das Teil. Ach, shit. Ja, die Flaks, die sind halt... Die nerven. Die nerven richtig. So. Warum? Was zur... Jetzt fehlt mir schon wieder Holz, ne? So, der Leuchtturm ist fertig, Leute. Aber was bringt mir der Leuchtturm? Ah, das ist das Wasser. Aha. Okay, ich verstehe, Leute. Jetzt sehe ich hier seine Truppenbewegung. Ha. Alles klar. Sehr, sehr cool. Okay, dann... Ich muss ja einfach nur die Sachen platt machen. Bomber, komm mal hier hoch. Ach, der hat wieder aufgeheilt. Aufgeheilt. Ne, dann. Oder, Bomber doch? Schieß mal auf die Flak da. Verdammt. Egal. Zwei Flaks sind schon echt übel, Leute. Ja, Sir? So, du, du kommst mal bitte auf das Flak da hinten. So. Ach, Gott, oh Gott. So, Leute, dann würde ich mal sagen, die Bismarck ist wieder fast voll. Wir sehen ja jetzt seine Truppenbewegungen. Ja, dann probiere ich mal, dass ich hier noch das ein oder andere Dock platt kriege, bevor die Folge zu Ende ist. Na, hoffe ich, dass euch das hier nach wie vor gefällt, ne? Das ist ja auch für euch wichtig, ne? Also, für mich ist es wichtig, dass ihr Spaß habt, Leute. Und für mich gehört aber auch zum Spaß, dass man Erfolg hat. Beziehungsweise, dass man Fortschritt hat. Ja, das möchte ich... Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da oben. Da kommt er wieder da oben. Der Sack, ey. Der Sack. Hat er repariert das? Ich glaub's nicht. Da kommt er mit dem Bomber. Mach das Manneken da hinten platt. So. So, Leute, meine Güte. Du bleibst mal schön weg von da, ja? Wir werden angegriffen. So, was für so... Hahaha. Konvoi, ja? Vergiss es, Konvoi. So. Wie? Warum hat schon wieder ein Konvoi England erreicht? Das verstehe ich jetzt gerade echt nicht, Leute. Na gut, ist egal. Mach diese Marinewerft platt, ey. Das gibt's nicht. Das ist dreist, Leute. So. Mach die Scheiße weg, Mann. Konvoi hat England erreicht. Ach Gott. So. Verdammt nochmal. Eins ist weg. Da stehen noch... Da stehen noch Einheiten von ihm. Boah. Die Reichweite ist geil. Von der Bismarck. Haha. Mach den Scheiß weg. So, das Ding ist weg. Die bauen, glaube ich, nicht nach hier. Die bauen hier, glaube ich, nicht nach. Nein. Oder? Bauen die hier nach? So, Konvoi hat wieder England erreicht. Äh. Okay, dann muss ich hier oben ran langfahren. Oh Mann. Das wird jetzt lustig. Scheiße. Bauen die nach? Ne, die bauen nicht nach, ne? Dann kann ich ja mit den Bombern hier hingehen und das Ding hier... Ach, diese Flachse, ey. Verdammte Scheiße nochmal. Konvoi hat England erreicht. Bomb diese blöden Flachse weg. Boah, das sind echt viele, du. Echt viele Flachs. Leute, wisst ihr was? Ich mache die Folge ein bisschen länger. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, ihr hattet ja letzte Woche... Ihr hattet ja letzte Woche keine Folge Empire Earth. Das tut mir auch leid, Leute. Aber wir haben halt zwei neue Kätzchen. Und die mussten da erstmal zusammenführen. Das hatte erstmal Oberste Prio bei uns. Deshalb da... Wir werden angegriffen. Ja, natürlich. Ich bin ein Flugzeug. Dein Ernst, Kollege. Naja, gut, egal. Der macht ja fast keinen Schaden. Also das ist ja wirklich... Wo was... Was ist zur Hölle? Ja, Bismarck, komm einfach hier runter, los. Komm einfach hier runter und mach diese Kacke hier platt. Da oben habe ich nämlich keine U-Boote stehen. Ja, lass die einfach weiter kämpfen und mach das Ding hier platt, Mann. Ah, trifft natürlich nicht, ne? Das ist wie der Schlachtkreuzer in Kommande Conquer. Trifft nicht. So. Konvoi hat wieder England erreicht. Warum das denn? So. Haben wir es jetzt bald mal? Ja, hier steht nichts mehr. Sehr, sehr gut. So, das Ding ist auch weg. Da ist... Da sind sie doch. Da. So. Meine Güte. Hier können wir uns, glaube ich, aufheilen, ne? Irland. Irland können wir uns aufheilen, oder? Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann stellt ihr euch mal bitte da hin. Und machen wir das nächste Dock platt. Genau, ich habe mich jetzt spontan nur zu entschieden. Ich mache jetzt einfach eine 40-Minuten-Folge. Bam. Rums, das Flak ist direkt weg. So. Leute. Dann geht es mal weiter. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einmal mit der Bismarck rum. Da hat der Sack das nachgebaut. Ja, ja, der hat es nachgebaut. Okay, Leute. Macht diesen Konvoi platt. So. Damit die sich ab... Damit die abhauen da. Ja, die fahren also hier oben über Irland her. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe. So, gut. Baue ich hier nochmal ein paar Kriegsschiffe. So. Die fahren direkt mal da oben hin. Ja, genau. Schieß auf den Flughafen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wo schießt denn der drauf? Naja. Ist mir egal. Gerade. So, liebe Leute, dann. Machen wir mal... Ah. Von da kommen noch welche. Ich verstehe, Leute. Dann machen wir jetzt ihm das doch hier platt. So. Ja. Konvoi hat England erreicht. Shit, Mann. Egal. Äh. Das passt so weit. Ja, das passt so weit. Dieser Bürger da. Der wird jetzt direkt platt gemacht. Los. So. Weg mit dem. Sehr, sehr gut. Gut. Weitermachen. Weitermachen. Hier. Zack. Draufballern. So. Dann hat er jetzt nicht mehr viele. Hat er jetzt nur noch hier unten die. Da oben baut er wieder was auf. Da oben baut er wieder was auf. Der Sack. Hör auf. Hörst du auf? Oh, das ist ein Penner. Das ist ein Penner. Hat er wieder aufgebaut. So. Weg damit. So. Direkt weg machen das. Den Scheiß. Wirklich. Ich schießt mal da hinten drauf. Aber nicht in die Reichweite der Einheiten fahren. Ja. So. Ja, das Flugzeug. Mein Gott. Wirklich. Macht doch keine Schaden, das Ding. Oh. Schau mal. Was hat er denn da? Ach, wie süß. Kriegsschiff. Red Naut. Wir haben Tierpfitz-Kriegsschiffe. So. Mein Gott, ey. So. Liebe Leute. Dann. Ach, du Heilige. Macht ihr das mal platt da? So. Ich hoffe, dass ich die Mission, wie gesagt, noch schaffe jetzt hier. Mach mal diese ganzen... Mach mal den Kriegsschiff da platt, Mann. So. Was zur... Angegriffen. So. Genau. Mach das hier im Arsch. Ganz genau, Leute. Das da im Arsch machen. So. Dann hat er jetzt wirklich... Aha. Hier. Hier. Platt machen. Platt machen. Sehr gut. So, Leute. Wir haben es gleich. Oh mein Gott. Wir haben es gleich. Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Jetzt hat er da wieder was nachgebaut, ne? Da oben. Oh Gott, seid ihr blöd? Bleibt doch nicht... Fahrt doch nicht in die Reichweite. Der Einheiten, Mann. So. Egal. So. Gut. Alles klar. Ach. Was zur Hölle. So. Mach doch... Mach doch keinen Landkrieg hier. Das bringt doch nix. So. Ich hab ja noch einen Bomber hier rumfliegen, ne? Der kann ja hier... Oh nein. Die Bismarck. Die haben die Bismarck versenkt, die Säcke, ey. Verdammt nochmal. Aber gut. Das ist nicht schlimm. Der baut wieder auf. Der baut's wieder auf. Das ist so zum Kotzen. Das ist blöd jetzt. Das ist jetzt blöd, dass die Bismarck weg ist, Leute. Das ist jetzt echt blöd. Der baut's nämlich jetzt wieder auf. Und jetzt kriegt er... Jetzt kriegt er so noch seinen zweiten, äh... Sein zweites Leben hier, ey. Oh man, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt scheiße jetzt, dass die Bismarck weg ist. So. Ihr bleibt mal bitte da hinten. Boah. Das ist eine Mission, du. Ich sarret euch, Leute. Jetzt bombt der mich hier. Was soll das denn? Okay. Da versucht er es wieder mit einem Konvoi, Leute. Direkt platt machen die Scheiße. So. Mann, 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 ey. Och, Leute. Was macht ihr denn? Kriegschefe, ihr seid so dämlich. Ihr seid so dämlich. Ihr werdet von da angegriffen und schießt auf die Türme. Das ist ja wohl nicht wahr. Ey. Was will er denn hier unten jetzt? Mit seinen Bombern da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wirklich. Boah, das ist echt anstrengend. Das ist echt anstrengend. Konvoi hat Inga. Der reicht, Mann. Von wo denn? Jetzt lasst euch doch nicht da. Ach, ihr sollt... Macht einfach Stellung halten. Die Einheiten hier, ne? So. Ihr bleibt mal bitte da hinten. Und ich sammle mich jetzt hier für den finalen Angriff. Verdammte Kacke hier. So. Die Bismarck ist leider nicht mehr, Leute. Die haben die Säcke echt versenkt. Das ist unfassbar. Du lässt das Ding in Ruhe. Alter Schwede. Der baut es immer wieder auf. Immer und immer wieder. Ja, der Leuchtturm. Der ist gleich weg. Das ist die Scheiße da dran. So. Mein Gott. Weitere Bürger wegmachen. So. Oh, der Leuchtturm. Der muss unbedingt repariert werden. Nehmen wir einen... Nehmen wir die Bürger hier. Vom Gold. Ich brauche eh kein Gold mehr. Und repariere das mal bitte. So. Das Ding ist weg. Du hast jetzt keine Chance mehr hier. Penner, ey. Wirklich. So. Da kommt noch ein Bomber. Trifft nicht. Okay. Weiter geht's. Hier ist belagert. Das ist schon mal gut. Hier auf der Seite ist jetzt keine Werft mehr. Hier sind die zwei Docks. Und das war's dann, oder? Moment. Ich muss ja nur Docks platt machen, haben sie gesagt. Rums. Naja. Probieren wir das mal. Das wäre ja ein mega geiles Timing, wenn das jetzt wirklich die letzten Docks wären. Wir werden angegriffen. Ja, scheißegal. Die ziehen eh nix ab. So. Und hier direkt weiter draufbomben. Direkt weiter drauf, ey. So, war's das jetzt? Dann hat er doch nix mehr. Ein Konvoi hat England erreicht. Dann war's doch so, oder? Oder muss ich noch die Dinger da platt machen? Ah, ich muss noch die anderen Dinger platt machen. Schade, Leute. Aber... Aber das war's dann. Der baut nur da oben noch einen Dock auf. Mehr ist es nicht mehr. Ha. Nix da. Penner, ey. Wirklich. Ach gut. Okay. Dann muss ich hier oben nochmal hin. Diese beiden Sachen platt machen. Und das da platt machen. Ich glaube, dann haben wir's aber wirklich... Aha. Schaut mal da. Da kommt er immer rein. Der Penner hier, ey. So. So, alles klar. Dann drauf da. Wir haben jetzt 40 Minuten voll. Aber wie gesagt, vielleicht schaffen wir das ja hier noch. Wer weiß. Die schieben da Wache. Hier ist auch nix mehr. So. Dann muss ich jetzt hier einfach... ...das Ding hier platt machen. Da oben. Ach so. Ja. Toll. Das ist wirklich... Jetzt schießt ihr mal bitte alle da drauf. Kann nicht sein, dass ihr so lange braucht. Boah, ey. Leute, Leute. Marine werfen. Warum halten die Dinger so viel aus? Das ist ja wohl mal unnormal. So. Meine Güte. Und hier jetzt das Ding? 4.000. Ja. Das Ding hält weniger aus. Da versucht das wieder. Da versucht das wieder. Der Sack. So. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. So. Leute. Alles klar. Dann. Alter Schwede. 4 Flughäfen. Man kann es auch übertreiben. Wirklich. Gut. Alles klar. Dann hier drauf schießen. Los. Die Dinger halten hier zum Glück Gott sei Dank nicht so viel aus. Und die anderen? Die können ja eigentlich einfach hier reinfahren. Ja, natürlich. Der bombt wieder hier meinen Leuchtturm kaputt. Ja, aber schafft er nicht. Das schafft er nicht. So. Aha. Seht ihr das? Seht ihr das da? Da. Verdammt nochmal. Mach den Scheiß kaputt. Mach den Scheiß kaputt. Mach das kaputt da. Bruder Konvoi, ey. So. Weg damit. So. Und hier. Einfach hier drauf da. Los. Drauf da. Alter. Die Bürger. Die Nerven. So. Weg mit dem Scheiß. So. Ui, 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 ui. Konvoi hat wieder England erreicht. Scheiße Mann. Macht den Arven kaputt. Ganz schnell. So. So. Diesen Konvoi auch platt machen da. So. Meine Güte. Das ist echt nervig. Aber. Aber. Wir sind echt kurz vorm Ende jetzt hier. Und rein da und drauf schießen. Könnt ihr nicht da drauf schießen? Was soll das denn? Das wäre ja lächerlich. Das wäre ja jetzt echt lächerlich. Wenn die da jetzt nicht drauf schießen könnten. Doch. Genau, Leute. Genau da drauf. Alles klar. Was macht ihr denn da? Schießt doch einfach da drauf, Mensch. Fahr hier rein. Alle bitte. Das zieht sich doch sonst in die Länge, Mann. So, aber jetzt. Ja, der schießt weit auf den Turm, ja. Ist okay. Aber dann haben wir es doch. Wenn jetzt dieses Ding hier noch kaputt ist, dann haben wir es doch, Leute. Sehr gut. In 45 Minuten geschafft hier. So, Bomber. Ach ne, das ist einer von ihm. Ach, verdammt. Meiner ist hier unten. Na toll. Hat seinen ganzen Sprit verballert. Ach. Was ist das denn da? Was ist das denn da? Ja, dann killen wir die mal. So, liebe Leute. Ihr wollt das reparieren? Vergesst es. So, haben wir es jetzt. Jetzt haben wir es doch. Konvoi. Wo ist denn hier noch was? Sagt mal. Leute, ist hier irgendwo noch ein Hafen? Ist hier vielleicht hier oben noch, hä? Da oben vielleicht noch. Oh, jetzt hat er da wieder nachgebaut. Ach, das ist doch zum Hühnerkriegen wirklich, Leute. Ach, da kommt noch einer. Lass es. Du da. Lass das. Verdammt. Ne, da oben hat er nichts mehr. Lass das. Verdammt nochmal. Oh. Mach das schneller kaputt jetzt hier. So. So, da. Die bewachen da. Das ist auch gut. Okay. Oh, Mann. Oh, Leute. Es tut mir leid, aber das zieht sich hier noch ein bisschen. Weil der halt echt immer alles, alles nachbaut. Da ist jetzt auch wieder. Ich hatte es doch fast. Gott. Es nervt. Es nervt. Oh, Mann. Gut, Leute. Dann macht das hier kaputt. So. Mach diese Drecksstocks im Arsch. So. Der Bomber hätte auch hier helfen können. Was ist das? Jetzt mach die Kacke weg, Mann. So. Das ist ja wohl nicht wahr. So. Das Ding ist weg. Jetzt hat er da oben wieder eins. Leute. Also das ist langsam echt ein Katze-und-Maus-Spiel, was die hier mit uns machen. Ey. Ist ja wohl nicht wahr. Wirklich. Dieser Bürger da, der will es wieder reparieren, ne? Der will... Ach, verdammt nochmal. Nee, er will es nicht reparieren. Okay. Wir werden angegriffen. Ja, klar. Kriegsschiff. Oh, Mann. Das ist eine Mission, die zieht sich hin, ey. Wir werden angegriffen. Ach, du Scheiße. Wo kommen die denn her? Oh, Leute. Also so langsam ist hier, äh, bin ich hier echt wieder im Tunnel, du. Boah. Wir müssen doch hier einfach nur die scheiß Häfenplapp machen. Was ist denn daran so schwer? Hä? Genau, mach am besten, ja, genau. Konvoi hat schon wieder... Genau, das ist gar keine schlechte Idee. Bomber. Das hast du gut gemacht. So. Gut. Vier U-Boote dahin. Alter Schwede, ey. Pfff. Hu, hu, hu. So, der hat noch eins, zwei, drei. Docks. Okay, Leute. Drei Docks. Das ist... Boah. Das ist anstrengend. Muss ich sagen. Das ist echt anstrengend hier. Der mit seinen Drecks... Konvois da. Tss. Tss. Britische Konvois, ja. Vergesst es. So, meine Güte. Ey, pfff. Schiss auf die Bismarck. Oder was das da ist. Keine Ahnung, ey. Guck mal, ich weiß, wie der England erreicht. Von... Von was denn? Von wo denn? Ich bin grad echt verwirrt. Dann macht ihr mal bitte das Ding hier noch im Arsch. Gut, Leute. Da muss ich leider abbrechen. Nicht abbrechen, aber da muss ich leider echt gleich nochmal cutten. Wir waren so kurz davor, die Mission zu beenden. Und dann... Jetzt kriegt er hier nochmal so sein zweites Leben, ey. Boah. Das schaffst du aber, oder? Gib dir mal ein bisschen mehr Schaden. Boah. Verdammt. Ja, gut. Äh, dann muss ich die neuen Kriegsschiffe nochmal mit nach da oben schicken. Oh, Mann, Leute. Äh. Boah. So. Neue Kriegsschiffe, bitte. Sofort. So. Alter. Der repariert das. Das ist ja wohl nicht wahr, ey. Äh. Jetzt schieß den ab, Mann. So. Genau. Lass den Bomber einfach... ...sein eigenes Gebäude bomben, ja. Ah, dieser... ...dieser blöde... ...schieß auf die Frau da. So. Äh. Konvoi wieder, ey. Konvoi wieder, ey. Ich muss noch ein paar U-Booter da oben hinschicken. Nervig. Richtig nervig. Haha. Oh, Mann, Leute. Oh, Mann, Leute. Okay, gut. Dann sag ich einfach mal, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo. Da würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir aber nächstes Mal die Engländer fertig. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.